Prinzipiell könnten unsere Kunden das System schon haben, allerdings wollen wir die Bauma dazu nutzen, noch abzufragen, welche Ansichten, welche besonderen Filter, welche Suchkriterien unsere Kunden gerne machen und haben wollen, damit wir da während der Messe oder nach der Messe weiter justieren können, was im Übrigen sowieso bei uns immer so läuft, wir sind im dauernden Kontakt mit unseren Kunden, versuchen immer das zu machen, was der Markt gerne möchte, was die Anwender gerne möchten, was der Werkleiter oder Mischmeister gerne möchte.